Ich würde gerne dieses Jahr alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler insbesondere zur GMDS Jahrestagung einladen, denn wir haben neben einem wirklich tollen und spannenden Tagungsprogramm wie zum Beispiel Deep Learning, Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Innovatives Studiendesign, auch Möglichkeiten mit Vertretern aus der Industrie und Wirtschaft zu sprechen, um eventuell über Jobprofile zu diskutieren oder über mögliche Abschlussarbeiten. Hinzu kommen noch spannende Tutorials und Workshops, insbesondere im Bereich Wie schreibe ich meine erste Publikationen und wir planen auch dieses Jahr wieder eine Young Scientist Night, dieses Jahr mit einem kleinen Kicker-Turnier dabei und da wird es auch einen Wanderpokal geben, der wandert dann von Gewinnerstadt zu Gewinnerstadt. Wir hoffen natürlich, dass gerade im ersten Jahr dieser Pokal in Dortmund bleibt, aber wir sind sportlich, der Bessere soll gewinnen. Hinzu kommt noch, dass es einen Science Slam gibt. Da haben wir schon allerhand Bewerberinnen und Bewerber, die wirklich sehr innovativ und sehr sehr lustige Dinge dort präsentieren, allerdings auch fachlich sehr interessant. Deswegen kommen Sie gerne, besuchen Sie uns hier in Dortmund und wir freuen uns auf Sie.